Wie wollen wir wohnen? Schön soll es sein. Unbezahlbar. Aber Häuser müssen ja heutzutage noch so viel mehr können, als gut auszusehen. Wir wollen mehr Grün. Und weniger Grau. Dafür umso umweltfreundlicher. Innovativ und nachhaltig. Dabei finden immer mehr Menschen gar keine geeignete Wohnung. Und immer weniger können sich so richtig nettes Wohnen überhaupt leisten. Welche Lösung gibt es gegen den Wohnungsmangel? Ja. 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 Ja.